Hallo Freunde, meine Tochter ist 18 geworden, altes Auto und die Vorbesitzer hatte sogar noch ein bisschen gespart, hat da wohl noch ein Kassettenradio genommen, was aber vor 15 Jahren auch schon, wie gesagt, nur aus Spargründen gewesen sein, aber auch damals gab es schon CDs. Schauen wir uns deswegen, ich verbaue es auch gleich, einmal hier das Pioneer an und zwar das Pioneer Autoradio oder hier wird da mehr Wert gelegt auf Digital Media Receiver fürs Auto. Warum? Klar, wir haben hier noch Line-In, also ihr könnt im Endeffekt euren iPod anschließen, es gibt auch hier sogar noch extra eine iPod-Taste, was völlig illusorisch ist, weil im Endeffekt würde es ja nur AUX reichen. Ja, schauen wir mal, was haben wir noch, wir haben eben noch einen USB-Anschluss und diese Geschichten MVH-170UI, das ist das Modell und ich habe es schon mal ausgepackt, dann sind wir etwas schneller. Wir haben also im Lieferumfang einmal das Anschlusskabel, ich denke, das ist klar, zeige ich euch gleich aber nochmal, wir haben eben halt hier noch einmal die Befestigung, noch zwei Stück für die Rahmen, okay, ja, machen wir aber, wir verbauen das Ganze. So, und dann gibt es hier noch ein Etui für das abnehmbare Bedienteil, halte ich in der heutigen Zeit bei einem Autoradio hier bei so einem Wert auch für, ja, ziemlichen Quatsch im Prinzip, aber na gut, je nachdem, wo man es vielleicht gerade sich auffällt im Ausland, macht es Sinn, ich weiß es nicht, aber ich würde es gar nicht erst abnehmen. Etui ist auch relativ billig gemacht, das muss man dabei sagen, aber es spielt keine Rolle, dafür würde ich jetzt auch überhaupt nichts abziehen. Okay, schauen wir uns mal vorne die Front an. Also, wir haben eben halt hier, das ist auch gut gemacht, einen USB-Anschluss, aber den wir auch zuklappen können, ja, das ist immer gut für Staub und so weiter, machen wir es einfach zu. So, hier haben wir den AUX, also AUX-In, Line-In, wie auch immer ihr das nennen wollt, ist dran. So, okay, dann haben wir hier so ein paar Tasten, eben halt Band, SRC und so weiter, will ich euch jetzt nicht mit langweilen, können wir vielleicht nachher mal im Auto ein bisschen dran rumspielen. Was wir uns anschauen sollten vielleicht, ist hier natürlich die Rückseite, da seht ihr schon einmal den Anschluss, für den Anschlussstecker hier, einfach rein und dann schauen, wie es angeschlossen bekommt. Und dann habt ihr hier nochmal, Rear und Front, die entsprechenden Anschlüsse für Audio, also sprich für Front und Hecklautsprecher, wenn das denn braucht, Antennenanschluss, ich denke, das ist auch klar. Wir gehen jetzt mal ins Auto, weil das macht Sinn, also, Bedienungsanleitung aber auch, auf Deutsch, gut gemacht, hab schon mal gerade reingeguckt, also ausreichend gemacht, jetzt nicht die exzellenteste, aber gut. Ja, Leute, nicht wundern, ich filme jetzt mit dem anderen Camcorder, hier nochmal das alte Teil, also, das holen wir jetzt erstmal raus mit Kassettenteil. Geil, ist irgendwann bestimmt viel wert. Ja, ich mache es trotzdem so ein bisschen Step by Step, ne, ihr seht also, im Endeffekt nimmt ihr die Blende ab und dann kriegt ihr das Ganze einmal hier rausgezogen, komplett. Und da habt ihr auch schon die beiden Stecker, ne, die wir später auch brauchen, ja, und da vorne Antennenkabel, also, das ist alles relativ einfach, gerade bei diesen älteren Autos. So, Freunde, ich habe fertig, ihr seht das, ne, hier haben wir ja nur ein Kabel, das ist dann hier gebündelt und dann an unsere beiden Stecker. So, hier ist das Autoradio, die Antenne wieder dran und zusätzliche Lautsprecher haben wir in unserem Fall jetzt hier nicht, können wir nicht verbauen. Packen wir es mal wieder rein hier und dann schauen wir. So, Leute, am besten ihr nehmt die Blende kurz ab, so, dann habt ihr diese beiden Schienen, die sind im Lieferumfang enthalten, die habt ihr hier mittig, ist das Ganze, seht ihr hier, etwas breiter, schiebt sie hier rein, am besten ohne Kratzer, so wie ich, aber bei dem alten Auto wird es mal nicht ganz so tragisch, hier seht ihr, ne, reinschieben und dann ist das Ding auch schon absolut bombenfest. So, Leute, dann gehen wir mal ein wenig Strom, Stufe 1 sollte eigentlich reichen hier, braucht er nicht auf Stufe 2, so, okay. Und dann schauen wir mal, jetzt steht hier schon Setup, ja, sieht schon mal ganz gut aus, ne, also Beleuchtung ist schon mal hervorragend, so. Ja, Leute, schalten auch mal ein, schauen wir mal, eigentlich müsste die erste Stufe vom Lenkradschloss reichen, ich habe es gerade auch schon mal ausprobiert, ähm, dann kommt hier als erstes ins Setup-Menü, habe ich nicht gemacht, jetzt erst mal, ähm, es gibt eine An- und Aus-Taste, die seht ihr hier oben, Beleuchtung ist ja schon mal ganz schick, ne, also ich fahre euch mal ein bisschen ran, also ist ja schon mal absolut in Ordnung. Okay, dann seht ihr hier da drüber, hier oben über die SRC wählt ihr auch aus, ne, AUX, also jetzt hier unser Line-In-Anschluss, so, Radio, müsste man auch einstellen, schauen wir mal, sollte eigentlich diese Taste sein, ich mache alles intuitiv. Und am Ende der Sendung, so kurz vor sieben steht, wie immer am Wochenende, der Sport und da gibt es dann auch mal gute Nachrichten von den deutschen Fußballfrauen, die jetzt im WM-Halbfinale stehen und sich auf die Gegnerinnen aus den USA vorbereiten. Also die Lautstärke ist schon mal gigantisch, wird wahrscheinlich hier bei dem Clio gleich die Boxen sprengen, aber... So, vergesst bitte nicht, dass die Kamera so einen Ausgleich hat, ne, fokussiert also jetzt nicht den Ton, aber es ist gigantisch, was an Lautstärke machbar ist. So, schauen wir mal, eine SRC-Taste, okay, wir wechseln hier zwischen AUX, Radio und schauen wir einfach hin und her. Jetzt vielleicht zusammen, schauen wir mal, ob ihr direkt jetzt hier auch koppelt und das direkt erkennt, hier mit dem USB, schauen wir mal, okay, ah, ist drin, USB-iPod. So, jetzt wie immer, ne, lizenzfreie Musik, muss ich ja, oh, da fällt mir ein, eben das müssen wir wegmachen. So, schauen wir mal, reagiert der? Ja, macht der. Also, dafür, dass hier in so einem kleinen Auto solche kleinen Boxen verbaut sind und wir haben keine Zusatzboxen, angeschlossen, habt ihr gesehen, ist der Sound richtig, richtig klasse, also das überzeugt hier, ne. Ja, ist halt Pioneer. So, brauchen wir nicht die Boxen von meiner Tochter hier weghauen mit dem Gerät, das macht da so wenig Sinn. Aber ihr seht, vor relativ schnelle Schaltung, ja, das ist jetzt eigentlich so ein Schneckenstick, will ich mal sagen, ne, also, so Schildkröten mäßig, richtig langsam. Und trotzdem springt das Ganze hier wirklich enorm schnell an. Also, schauen wir mal. Absolut klasse. Ja, ich packe mal am besten hier irgendwas da in Line-In dran und schauen wir dann, ne. Wir können es ja mal zusammen machen und schauen mal, was er nimmt, was nimmt der da, ob er dann direkt umschaltet. Ich muss aber auch hier wieder erstmal die lizenzfreie Musik raussuchen. Ah, da haben wir was, okay. Was passiert hier, wenn wir das Gerät in Anzustand reinstecken? Okay, schauen wir mal. Gehen wir hier mal drauf. Okay, passiert nichts. Dann nehmen wir die SRC. Ah, okay, jetzt ist er drauf direkt. Auch das passt, ne. So, dann machen wir wieder ein bisschen Lautstärke. Also, ich glaube, da hat Fatih wieder das Richtige fürs Kind ausgewählt. Passt. Ihr könnt natürlich jetzt hier, schau mal gerade. Ja, wäre ein großes Wunder der Technik. Da müsste sich die gesamte Physik verändert haben. Ihr könnt natürlich hier nicht, wenn es Line-In ist, nicht übers Autoradio steuern. Natürlich Laufstärke und sowas, klar. Am besten macht das immer am Gerät komplett laut. Dann könnt ihr hier drüber steuern. Aber ansonsten funktioniert das hier natürlich immer nur über das Gerät selber. Ich denke, das ist klar. So, ich muss mal die Musik leise machen. Habe es aber eingestellt. Ihr seht hier WDR. Auf 1 ist 1 Live. Ich denke, das ist auch klar. 2 ist RSG Lokalsender. Das Menü ist etwas fuchtelig. Muss ich dabei sagen. Weil ihr habt nur eine Taste hier. Und dann müsst ihr drehen und wieder Taste bestätigen. Irgendwann eigentlich mal türkische Sprache. Ihr habt nur Englisch, Deutsch gibt es nicht. Also, wenn ihr mit Englisch klarkommt, reicht das aus. So, Leute. Wieder ein langes Video. Aber ich denke, es hat sich gelohnt. Tolles Gerät, tolle Funktionen. Da macht das auch Spaß da, ein bisschen mehr zu tun. Und ein bisschen mehr Video zu machen. Ich wünsche euch wie immer alles Gute. Vor allen Dingen bleibt gesund. Das sage ich immer wieder. Bis zur nächsten Review. Euer Mr. Bohlfisch. Das sage ich immer wieder.